Top 5 Fortnite-Skins, die nur Noobs benutzen. Fangen wir an mit Platz Nummer 5 und das ist der Sonnenschein-Skin. Wenn dieser Skin im 1v1 mein Gegner ist, dann bin ich mir sicher, dass ich den Sieg hole. Weiter geht's auf Platz Nummer 4 mit Agent Fishstick. Die meisten Leute nennen ihn auch 007. 0 Kills, 0 Assists, aber 7 Reboots. Auf Platz Nummer 3 befindet sich dann der Bushranger-Skin. Die meisten Bushranger reden immer darüber, dass man ihn die Kills klaut. Aber sie campen doch die ganze Runde lang im Busch. Machen wir weiter auf Platz Nummer 2 und das ist der Abenteuer-Charlie-Skin. Dieser Skin sieht mir nach einem Abenteuer zurück in die Lobby aus. Und wenn du jetzt wissen möchtest, welcher Skin nur von Noobs gespielt wird, dann lass ein Like da. Platz Nummer 1 belegt Ninja.